Wir wollen den Politikwechsel in Hessen. Auf Die Linke ist verlasst. Das hat sich in den letzten Wochen gezeigt. Leider hat die SPD ihre Leute nicht zusammen. Jetzt gilt, jetzt erst recht. Es genügt nicht, dass die Studiengebühren abgeschafft wurden. In Hessen brauchen wir den Stopp der Privatisierung. Wir brauchen einen öffentlichen Dienst, der diesen Namen verdient. Und eine andere, Schulpolitik. Koch hat genug Unheil angerichtet. Koch steht auch für Steuerungerechtigkeit und für Sozialabbau. Alles hat er im Bundesrat mit beschlossen. Hartz IV und die Agenda 2010. Und Koch ist auch kein Mann, der Hessen repräsentieren sollte. Denken Sie an die jüdischen Vermächtnisse. Das war ein Ausweis von Unehrlichkeit. Und unehrliche Leute haben es nicht verdient, ein Land wie Hessen zu repräsentieren. Deshalb gilt auch in Hessen, wer eine Veränderung will, muss die Linke wählen. Je stärker die Linke, umso sozialer wird Hessen.